Es ist kalt in Deutschland, wir haben von zuverlässiger Stelle erfahren, der Sommer kommt nicht. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und verschiedene Leute dazu befragen. Findest du nicht, dass es zu kalt ist? Finde ich. Findest du, es ist zu kalt? Ja. Meinst du, wir können da was dran ändern? Meinst du, wir können den Frühling irgendwie schneller mal hier hinholen? Ja. Wie machen wir das denn? Äh, Wärme anziehen. Wärme anziehen. Das ist ein toller Tipp. Ich danke dir und wünsche dir einen ganz schönen Tag.